Los! Wir sind keine Bullen, wir sind Kopfgeldjäger und wir wollen nur Hector haben. Sag mir, wo er ist und du kriegst von mir ein Striptease. Sie werden sich fragen, wie ein Mädchen wie ich hier landen kann. Wie fühlst du dich in dem Körper von einem 10-jährigen Jungen? Was ist denn das für ein Scheiß? Ich will einen Zopf! Warum will so ein kleines, zartes Mädchen wie du denn unbedingt Kopfgeldjäger werden? Weil ich Spaß haben will, was sonst. Wer von euch ist Francis? Die Chancen stehen 50-50. Leben oder Tod. Du bist der Engel des Feuers. Des Feuers. Das nenn ich den Arsch. Ich habe gerade 12.95 Uhr für den Film abgedrückt. Jetzt werde ich nie wissen, wie es ausgeht. Mein Name ist Domino Harvey. Ich bin Kopfgeldjägerin. Was istri, wenn du dich auf den Film abgedrückt. Und immer wieder rơi. Sutern Sie sagt, Dirk, uns überlegen.